Ein Hallo und recht herzliches Willkommen zum zweiten Teil der Redstone-Serie. Wir schauen uns jetzt einmal logische Verknüpfungen und Gatter an. Das klingt erstmal unfassbar trocken und kompliziert, aber es ist wirklich ein simples Thema, was man recht schnell versteht. Und gerade für Automatisierungen ist es dann doch sehr wichtig, denn wenn eure Farm zum Beispiel nur angehen soll, wenn ihr im Haus seid und es Tag ist in eurer Minecraft-Welt, braucht ihr zum Beispiel schon eine Und-Verknüpfung, denn es soll schließlich Tag sein und ihr soll zu Hause sein. Wie das Ganze funktioniert, was Teil davon ist, werden wir jetzt einmal aufarbeiten, gucken uns das Ganze einmal an. Am Ende sollt ihr dann eure eigenen Logik-Schaltungen bauen können und eure eigenen Verknüpfungen aufstellen können, damit ihr hinterher die perfekte Schaltung und Automatisierung bei euch in der Welt habt. Da gibt es ganz viel und sicher auch mehr, als wir in diesem Video abdecken können. Zum Beispiel könnte man alles, was wir hier haben, vereinfacht darstellen, aber wir wollen ja erstmal nur die Basics covern und dann könnt ihr später im Zweifel noch einfachere Möglichkeiten ausarbeiten. Beantworten wir zuerst die Frage, was überhaupt alles zu einer logischen Aussage dazugehört. Dafür ist es wichtig zu wissen, dass logische Aussagen niemals subjektiv sind, sondern immer objektiv. Es ist warm oder es ist kalt sind demnach keine logischen Aussagen, denn die Wahrnehmung von Wärme oder Kälte ist nun mal bei jedem anders und damit subjektiv. Die Frage danach, ob es Tag oder Nacht ist, also es ist Tag oder es ist Nacht, lässt sich sehr wohl recht einfach beantworten, denn dafür schauen wir einfach in den Himmel, sehen, dass die Sonne scheint und können sagen, dass es auf jeden Fall Tag ist. Das ist eine logische Aussage, die wir mit Wahr oder Falsch beantworten können und demnach können wir in einer Tabelle, wenn wir so wollen, ein W oder ein F eintragen oder ein Wahr oder ein Falsch oder wenn wir es uns ganz einfach machen wollen, eine 0 für Falsch und eine 1 für Wahr. Warum schreibt man 0 und 1? Nun stellt es euch so vor, bei der 1 schaltet ihr den Hebel hier in Minecraft ein und bei der 0 aus. Damit habt ihr dann auch schon etwas, womit das Redstone arbeiten kann und nicht irgendwelche komischen Buchstaben, die ihr schließlich nicht so einfach eingeben könnt. Es gibt auch keinen Zustand dazwischen, also es gibt keine 0,5 oder die Signalstärke wird zum Beispiel hier auch erstmal ignoriert. Wir wollen uns nur darauf konzentrieren, ob das Signal an oder aus ist und das können wir mit 0 und 1 bzw. wahr oder falsch sehr gut darstellen. Beginnen wir mit dem Nicht. Das Nicht ist ein recht simpler Operator, der die Aussage A legentlich verneint. Und so haben wir die Aussage A, die Sonne scheint. Diese kann natürlich abhängig davon, zu welcher Tageszeit wir uns befinden und wie das Wetter ist, wahr oder falsch sein. In diesem Fall 0 oder 1. Wenn wir nun gucken, was passiert, wenn Aussage A falsch ist. Nun, durch Nicht A wird Aussage A zu einer 1. Also sie wird wahr und wird einmal umgekehrt. Demnach ist auch, wenn Aussage A wahr ist, Nicht A falsch. Später werden wir Nicht A auch nicht mehr ausschreiben, sondern nur noch ein Minus A hier hinten hinschreiben. Das ist etwas einfacher und braucht nicht ganz so viel Platz. Das UN ist schon etwas komplexer als das Nicht und braucht zwei Aussagen. Aussage A und Aussage B. Wenn ihr behauptet, Aussage A sei beispielsweise, es scheint die Sonne und Aussage B ist, es ist Nacht, dann können wir hier einmal alle möglichen Kombinationen darstellen. Auch wenn natürlich jetzt in dem Beispiel nicht die Sonne scheinen kann und Nacht gleichzeitig sein kann, gehen wir aber nun einfach mal davon aus, es wäre ausnahmsweise möglich. Hier sind also einmal alle Szenarien dargestellt, indem ihr bei beiden Malen Unrecht habt, es nur Nacht ist, nur die Sonne scheint oder in diesem Ausnahmsfall die Sonne scheint und es Nacht ist. Auch wenn das nicht geht. Gucken wir uns das Ganze in der Tabelle an. Na ja, wenn die Sonne nicht scheint und es nicht Nacht ist, dann habt ihr mit eurer Aussage auch nicht recht, wenn ihr sagt, es scheint die Sonne und es ist Nacht. Wenn es Nacht ist, aber die Sonne nicht scheint, habt ihr ja immer noch Unrecht mit eurer Aussage, denn die Aussage ist ja UND die Sonne scheint oder es scheint die Sonne und es ist Nacht. Das ist ja auch in dem nächsten Fall so, wenn die Sonne scheint, aber es nicht Nacht ist. Wenn aber jetzt ausnahmsweise die Sonne scheint und es Nacht ist, dann habt ihr Recht, denn beide eurer Teilaussagen sind schließlich richtig. Die Aussage A und B ist damit wahr. Später schreiben wir UND auch einfach nur als ein Malzeichen oder als Sternchen auf den Schildern. Das ist etwas einfacher wieder, braucht weniger Platz und kann dann später für Regeln auch einfacher verwendet werden in späteren Gleichungen, die man ausstellen könnte. Gucken wir uns zuletzt noch einmal das ODA an. Das ODA ist nicht schwerer als das UND und bildet nur eine andere Art der Verknüpfung. So können wir wieder Aussage A nehmen für eure Behauptung, es scheint die Sonne und Aussage B nehmen für die Behauptung, es ist Nacht. Es scheint die Sonne oder es ist Nacht. Wenn weder die Sonne scheint noch Nacht ist, habt ihr auch hier Unrecht und die Aussage A oder B ist falsch. Wenn es allerdings Nacht ist und die Sonne nicht scheint, könnt ihr trotzdem Recht haben, denn die Sonne scheint oder es ist Nacht, da reicht, wenn eine der beiden Bedingungen wahr ist. So zählt auch, es scheint die Sonne, aber es ist nicht Nacht als eine wahre Aussage. Wenn beide Aussagen wahr sind, dann ist eure Aussage nach wie vor immer noch wahr, denn ein ODA schließt beides nicht automatisch aus. Was wir uns gerade auf Papier angeguckt haben, kann natürlich auch in Minecraft dargestellt werden und wird dann später nützlich sein für eure Schaltungen, eure Verknüpfungen und eure Bedingungen. So können wir eine simple Aussage A auch als einen simplen Ausgang A wiedergeben. Hier auf dem Schild vorne wird immer stehen, was der Operator ist oder was die Aussage ist, auf die ihr euch bezieht und hinten welche Funktion oder welche Operator und Verknüpfung dahinter steht. So können wir, wenn wir den Hebel hier umlegen, weil Aussage A wahr ist, dann ist auch der Ausgang A wahr. Relativ einfach, hier ist einmal das nicht dargestellt, wie vorhin angesprochen, jetzt auch nur noch mit dem Minus auf dem Schild repräsentiert. Die Aussage A ist falsch, trotzdem ist der Ausgang wahr. Wenn wir die Aussage auf wahr umstellen mit dem Hebel und hier den Strom anmachen, wird die Aussage allerdings falsch, denn sie soll verneint werden. Möglich ist das Ganze durch eine simple Redstone Fackel und sie wird auch später den Grundstein für die nächsten Operatoren hier legen. Auch das UND lässt sich auf diese Art und Weise darstellen und hier haben wir einmal den Eingang A und den Eingang B. Farblich unterschieden durch Weiß und Grau, dunkler werden in den Farben, später werden wir auch noch Variationen von Gattern haben, die dann andere Farbtöne haben werden. Hier hinten ist dann der Ausgang A und B, dargestellt durch ein Malzeichen oder ein Sternchen hier und wir schauen uns das Ganze einmal an. Wenn die Aussage A wahr ist, ist der Ausgang und Aussage B falsch, ist der Ausgang immer noch falsch, ebenso andersrum. Wenn allerdings beide wahr sind, dann ist der Ausgang hinten an. Möglich ist das durch diese drei Redstone Fackeln und dieses Oder hier. Was ein Oder ist, gucken wir uns gleich noch an, aber prinzipiell könnt ihr euch diese kleine Schaltung hier erstmal merken. Für das Oder habe ich hier zwei Variationen, die sich nicht groß voneinander unterscheiden. Prinzipiell funktionieren sie auf die gleiche Art und Weise. Vorzugsweise kann ich allerdings diese hier empfehlen, da bei Redstone Schaltungen ein Redstone Signal, was in die andere Richtung fließt, manchmal zu Problemen führen kann. Naja, ein Oder ist relativ simpel. Wenn wir diesen Hebel hier umlegen für Aussage A, diesen Hebel hier umlegen für Aussage B und wir hinten ein A oder B, hier dargestellt, dann durch das Plus haben, ist es relativ egal, von welcher Seite das Redstone Signal sich hier in der Mitte trifft, es wird immer an sein und immer hinten an die Lampe weitergeleitet werden. Hier sind noch Repeater eingebaut, die das Fließen des Stroms an dem Repeater vorbei in die andere Richtung verhindern und somit vermeiden würden, dass diese Schaltung hier vielleicht durch ein falscher um eingeleitetes Signal kaputt geht. Trotzdem funktioniert das Oder genauso, wie das zuerst gezeigt wurde. Wir können natürlich auch Bedingungen stellen wie A ist gleich B. Bei A ist gleich B, spielt es demnach keine Rolle, ob beide aus sind oder beide an sind. Das Signal wird in beiden Fällen hinten an sein. Wenn eins der beiden aus ist, ist nicht mehr A gleich B. Damit ist die Aussage hier falsch. Wie nützlich das Ganze ist, darüber kann man sich streiten, aber es gehört trotzdem dazu und sollte hier dennoch vorgestellt werden. Wie man auf sowas kommt, ist relativ simpel. Man muss sich Gedanken dazu machen, was eigentlich am Ende dargestellt werden soll. Nun, was wollen wir am Ende darstellen? Denn entweder wollen wir darstellen, dass beide an sind, also A und B wahr sind, was wie wir vorhin in unserer Tabelle hatten oder hier bei dem Logik-Gatter gilt. Nur dann gilt, wenn A und B an sind. Es ist eine normale Unverknüpfung. In einem anderen Szenario ist das hier aus. Des Weiteren soll aber auch noch, wenn beide aus sind, das Logik-Gatter hinten angehen. Demnach müssen wir einmal beide Signale verneinen und dann mit einem und wieder verknüpfen. Es ist uns egal, ob das hier an ist oder das hier an ist oder beide an sind. Dass beide an sind, ist in dem Fall ausnahmsweise nicht möglich, da wenn dieses Signal an ist, dieses hier nun ausgeht und damit dieses und hier nicht mehr gilt. Insgesamt ist es aber trotzdem so, dass durch das oder hier hinten ein Ausgang gegeben sein wird. Sollte nun aber eines der beiden Signale an sein, ist es ja schließlich so, dass hier das Signal ausgeschaltet wird und hier eingeschaltet wird. Keines der beiden Unverknüpfungen ist vollständig aktiviert und somit gibt es auch keinen Ausgang hinten an A gleich B. Kommen wir nun zu einem Nand-Gatter oder einem Nand-Gate. Ein Nand-Gate ist, wie der Name schon sagt, ein Not-And oder ein Nicht-Und. Das hier ist ein Und und das hier ist ein Nicht. Diese zwei Bausteine können hintereinander zusammengesetzt werden und ergeben dann das hier. Was auch immer aus dem Und rauskommt, wird noch einmal verneint. Das heißt, beide Aussagen sind falsch. Wir haben hinten einen Ausgang. Wir können den linken Hebel umlegen und den rechten ausgeschaltet lassen. Also A gilt und B gilt nicht und trotzdem gibt es hinten ein Ausgangssignal. Das Ganze kann man dann natürlich auch noch mit B überprüfen. Sollten aber beide an sein, ist hinten das Signal trotzdem ausgegangen. Das heißt, selbst wenn beide Aussagen wahr sind, haben wir keinen Ausgang. An dieser Stelle sollten wir auch unbedingt dem Organ erwähnen. Das war ein damaliger Mathematiker, der diese beiden Gleichungen hier aufgestellt hat. Denn wir verneinen A und B und können das Ganze aber auch schreiben als Nicht-A oder Nicht-B. Und ebenso kann man das Ganze umfunktionieren zu Wir verneinen A oder B und das Ganze wird zu Nicht-A und Nicht-B. Das hier ist ein NOR-Gate, das hier ist ein NAND-Gate und beide können so umgeschrieben werden. Das Ganze kann man natürlich auch dementsprechend umgebaut darstellen, indem wir hier erst das Nicht- und dann ein Oder haben. Und auch hier sieht man, dass das Gate genauso funktioniert, wie das zuerst gezeigte. Zuletzt möchte ich noch das XOR-Gate vorstellen. Das ist ein Gatter, was sicherlich interessant dann ist, wenn man Türen oder Lichter steuern möchte mit Hilfe von Hebeln. Ein XOR-Gate im Wesentlichen kurz gesagt ist, einer der beiden Hebel sind an und wir haben einen Ausgang, allerdings sind nicht beide an. Wie wir hier sehen können, A ist wahr und B ist falsch, unser Ausgang ist wahr. B ist wahr und A ist falsch, unser Ausgang ist wahr. Sind beide an, ist der Ausgang allerdings wieder falsch. Das Ganze stellt man sich dann logisch einmal vor, was wir hier denn für eine Verknüpfung haben. Nun, wir haben zunächst A oder B und wir haben die Verneinung von A und B. Das Ganze kann man dann im Zweifel nochmal durch dem Organ umschreiben und das Ganze gucken wir uns da hinten an. Aber wenn wir uns das Logik-Gatter einmal genauer angucken, sehen wir auch hier wieder das A oder B und hier A und B und dann noch einmal zum Schluss verneint. Wenn wir uns das Ganze hier drüben angucken und noch einmal auf die Regeln achten, haben wir wieder A oder B und Nicht-A oder Nicht-B. Auch hier können wir gucken, wir haben hier einmal die A oder B Leitung und hier die Nicht-A oder Nicht-B Leitung. Und auch dieses Gatter funktioniert wie das vorhin gezeigte. Nun ist dieses XOR-Gate hier ja relativ groß und auch im Internet werdet ihr schnell kleinere Varianten davon finden, beispielsweise diese beiden hier, die dann den Nutzen vom Komparator ziehen. Hier wird also dann die Technik des Subtrahierungsmodus angewandt und wir subtrahieren die Signalstärke von hier, von der hier. Wenn wir hier einmal schauen, hier ist die Signalstärke 14 und hier ist die Signalstärke 14. Wir subtrahieren also 14 von 14, das ergibt 0. Dieser Komparator wird keinen Ausgang geben. Allerdings ist hier die Signalstärke 13 und hier sind die Signalstärke 11. Demnach haben wir hier 2, 1 und es gibt einen Ausgang. Wenn wir hier dieses Signal dazuschalten, werden wir natürlich die 13 und die 11 durch die 14 und 14 wieder überschreiben. Wenn wir hier also dann den Hebel wieder ausschalten, geben wir das hier frei für das Signal von rechts, was dann hier wieder etwas länger braucht und etwas schwächer wird, um hier rumzukommen, sodass dann hier das Signal über diesen Komparator eingeschalten werden kann. Es ist im Prinzip dasselbe Gatter, nur etwas anders gebaut. Wem das Ganze noch zu etwas unübersichtlich ist, kann es auch so bauen. So haben wir hier also, wenn wir diesen Hebel anlegen, dasselbe Prinzip. Wir haben hier eine Signalstärke von 15 und hier von 15, hier eine von 14. Allerdings ziehen wir hier nichts ab, denn das Signal kann hier nicht weiterlaufen und haben einen Ausgang von 14. Es spielt also keine Rolle, ob das Redstone verbunden ist oder nicht. Wir sollten allerdings darauf achten, dass wir einen Eingang geben, der stark genug ist, um auch hinterher wieder einen Ausgang messen zu können. Ebenso gilt das Gleiche für den Hebel hier rechts. Wenn wir beide Hebel umlegen, geraten wir in die Situation, dass hier ein Signal von 15 ist, hier ein Signal von 15 ist, hier ein Signal von 15 ist und hier ein Signal von 15 ist. Zieht man das Ganze voneinander ab, hat man am Ende doch wieder nur ein Signal von 0. Das war es dann auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was darüber lernen oder ein bisschen was davon mitnehmen, wie Redstone funktioniert, wie das Signal funktioniert, was man damit alles machen kann, wie ihr eure logischen Verknüpfungen machen könnt. Auch wenn es jetzt ein sehr trockenes Thema war, hoffe ich zwar trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und gerade weil ihr bis jetzt geschaut habt, denke ich mal, dass dem so ist. Und ich würde mich auch sehr über ein Like und ein Abo freuen. Dann verpasst ihr auch nichts weiteres mehr von dieser Serie, keinen weiteren Teil. Und auch von den neuen Serien, die vielleicht in Zukunft mal kommen werden, werdet ihr dann immer sofort benachrichtigt, sofern ihr die Glocke aktiviert habt. In diesem Sinne wünsche ich euch aber noch einen wunderschönen Tag und man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.